Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Beyond Good Evil. Schnell ein Mikrofon und ja wir haben eine Mission. Komm mal mit. Ich komm mal mit. Zum Hangar. Oh nice. Uh. Was haben wir hier? Oh. Ach je. Okay, keine Ahnung was ich hier noch machen muss. Vermutte ich irgendwann mal einen Code eingeben. Ja ich komme schon. Kann ich eigentlich? Okay, Bild gespeichert. Oh, für Page gibt es 600 Einheiten. Okay. Oh. Oh. Bist du's Jade? Wir haben gerade eine M-Disc bekommen. Vielleicht noch einen Job für Jade Reporting & Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen diesen Decoder einzustellen, dass einer meisterlich gehorchen wird. Auf der Hilfe, Page. Okay. Ich nehme mal die Disc. Joink. Digitalisierung abgebrochen. Nutze im Disc Decoder um Zugang zu allen. Hm. Hm. Spiel speichern. Ja ich möchte das mal das Spiel speichern. Kann ich nicht. Kann ich vermutlich nicht hier machen, oder? So. So. Benutzen. Ah. Jetzt kann ich erstmal. Alles klar. Erstmal. Spiel speichern. F-Buch. Gehe. Jupp. Pace Werkstatt. Speichler erfolgreich. Sehr schön. Und jetzt schauen wir uns. Äh. Mister de... Castellack. Castellack. Hallo Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mister de Castellack hier. Hallo Schnautzbart. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. DeCastellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. Sollten Sie annehmen, machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. DeCastellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Kennst du diesen DeCastellac-Typen? Äh, geh nicht dorthin, Jade. Es riecht nach einer Falle. Bist du loco? Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein. Nein, es ist... Okay, wir gehen zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe, ob es dir passt oder nicht. Sekunde, check den Computer und zieh die Informationen runter. Dann kannst du dir es ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde ihr alles auseinanderfallen. Oh Gott, ich... Wir sind wieder mit dem Rest von El Mundo verbunden. Ach, ich liebe Paige. Alter, Finne. Bist du hässlich. So, kenn ich hier. Ah, sehr schön. Endlich ist es Ruhe. Na, dann wollen wir mal. Ja, schwarze Insel trifft Mr. Kastelag auf der schwarzen Insel. Alles klar. Oh, wir haben irgendwas hier. Was ist das? Gute Arbeit. Ah, uh, nice. Bußkapsel. Joink. Perfekt. Ich hab's gescannt. Ah, okay, nice. Alles für Silhopperkraft. Hallo. Ich bin Jade. Ich gucke, wie die Tischkante. Okay, ne? Dann, äh, Paige. Sind wir schlafklar? Also, Doktor. Wie lautet die Diagnose? Uh. Hey. Hey. Hab ich ihn noch erwischt? Yes, ich hab ihn erwischt. Ein lebender Dieb neu. Unfassbar. Ich hab keine Ahnung, was ein Dieb neu ist, aber... Wir haben ihn fotografiert. Zum Glück ist die Alpha-Abteilung aufgetaucht. Ich weiß nicht, was ich vor diesen Typen halten soll. Nimm mal ein richtiger Ohr zur richtigen Zeit. Komischer Zufall. Stimmt. Du läst das Hovercraft wieder auf? Na, die Batterie sind tot. Und der verflexte Generator ist auch hin. Fang schon mal an, die Ladestation hierher zu schieben. Ich helf dir dann. Und dieser Mistakt, der Kastellack, ist gerade rechtzeitig gekommen. Ah, ja. So viel ist sicher. Okay. Also Paige, äh, scheint da sehr misstrauisch bei den ganzen Leuten zu sein. Frag ich, was der da... Ob der da irgendwie in der Vergangenheit mehr hatte. Ey, ich weiß, was... Ey, ich möchte nicht gleich auch Code eingeben. Was könnte ich hier benutzen? Nee. Äh, warte Leute. Generator schieben? Ich komm schon, Jade! Jade, Reporting und Co. müssen dringend das Firmensparschwein auffüllen. Ah, das ist halt auch ein bisschen dieses Schwein. Ah, cool. Okay, ab geht's. Am besten, wir fahren direkt zur Mama-Go-Werkstatt. Was? Es wird vermutlich etwas husten und spucken. Wir müssen auf jeden Fall bei der Mama-Go-Werkstatt vorbei. Wir brauchen einen neuen Motor. Okay. Mama-Go. Okay. Hui. Hui, aua. Oh. Oh Mann. Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Uiuiui. Es muss halten, bis wir bei Mama-Go's sind. Die haben, was wir brauchen. Okay, und wo ist denn die Mama-Go's? Schwarz-Insel-Stadt. Ah, Marco. Ah, das ist okay, geradeaus. Alter, der hustet und spuckt. Ups. Entschuldigung. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Ah, verdammte Dreckskarre. Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Upsi. Ist ein Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mama-Go's gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hovercraft. Erste Mal Platte. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mama-Go-Werkstatt. Mama-Go. Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen Sie die Kunden direkt ins Netz. Ja, cool. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Tate. Boah, Alter. Ja, hier riecht es auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Hallo, oh je. Hallo? Hi. Isam? Isam? Schön, dich zu sehen. Hab mir schon so rum gemacht. Diese Doms-Meteore sind auch recht nah bei euch übergekommen, oder? Ich hoffe, ihr konntet euch sicher einbleiben. Und die ganzen Knirpsen sind... Sind die okay? Und die neue? Wie macht sie sich? Es ging schon heiß, Herr. Aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isam. Wir bringen es... Äh, was? Wir bringen... Ach, übrigens... Ah, okay, ja. Muss umdenken. Übrigens, danke nochmal, dass ihr uns abgeschleppt habt. Kein Problem, Jim. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist ja auch einer dieser Meteore runtergekommen. Na, ich mach gar nicht daran denken, dass das ganze Lager ist im Rauch aufgegangen. Dieser Krieg ist eine Katastrophe. Kennst du ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jay, bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Brommer akzeptiert hier ausschließlich pern. Oh, okay. Hi, Jay, zieh mal. Ein Doms Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal da oben. Hä? Oh. Babuka, hi, Babuka. Jo, Jay. Wie läuft's Geschäft? Hat Jay im Reporting genug Aufträge? Es geht bergauf. Es war ein bisschen ruhig für eine Weile. Und dann kamen plötzlich zwei Missionen auf einmal. Viel Glück, Jay. Nicht so viel Schaden durch den gestrigen Eingriff? Na, wir hatten nicht einmal genug Zeit, den Schild zu aktivieren. Wenigstens ist Mama, Hell und Eis im Nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Okay, erstmal wieder speichern. Speichern ist wichtig. So, Mama-Go-Werkstatt. Ah, cool. Hey, Jay. Halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Jo, warte los, ey. Ah ja, hast du was von unserem Hoverkopf aufzupeppen? Es war genau richtig, hierher zu kommen. Wir haben, was ihr braucht. Einen brandneuen Speedkraft-Motor. Für nur eine kleine Perle gehört er dir. Leg deine Perle einfach in das Empfangsgerät neben dem Handetrieb. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied bemerken. Und wenn du mal Probleme hast, kannst du ja einfach mit einer Sode berät werden. Eine Sot-Schweizer-Offizielle-Drohne. Die sind echt praktisch. Du kannst den welchen Automaten direkt hinter dir ziehen. Nice. Oh. Eine Perle verkauft. Die Mama Go-Märkler akzeptiert dies gerne als Zahlungsmittel. Ein Speedkraft-Motor zu installieren. Ein Speedkraft-Motor. Kein Problem. Drücke und beschleunigen. So, was haben wir hier noch? Oh, dicke Wumme. Was ist das? Konto-Identifizierung. Okay. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. Hm. Ein Stammkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Komm, ich dir mal eins. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. Hm. Nee. Soll erstmal reichen. Was haben wir denn noch alles? 15 Perlen. Junge, Junge. 20 Perlen für, äh, für was? Äh, fluchstäblich ist auch noch okay. Ah, diese Musik. Wow. Krasse Ding. Okay, was haben wir hier? Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse K-Rabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ah, okay. Okay, aber ich glaube, wir sind erstmal ganz... Na ja, gut. Reicht erst mal vermutlich das, was wir haben. So. Nö. Karre wieder fit. Äh, was haben wir schon? Wir sind so ein Konto auffüllen. Du sagst es. Weißt du, Ming zu. Ming zu. Verkauft in seinen Läden alles mögliche Detektoren für Tiere, Perlen. Die sind sicher eine große Hilfe. Okay, dann stecken wir wieder. Die Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen. Ne, wir sind ja mitgefasst. So. Buch. Äh, lup. Ab geht's. Oh, boi. nach ostfeld was für minen Nein, das war irgendwie ... Ups. Verdammt. Oh, äh ... Ups. Akkus reparieren, alles klar. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, wie gesagt, bisschen geregelt, dass ich dazu äh ... war alles geplant. So. 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 Jetzt geht auch wirklich auf die Schnauze. Da sind keine Bienen. Hör auf. So. 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 Ja, hier. Komm mal her, Freund. Okay, ich lasse dich nicht auf den Augen. So. Die, 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 die. Krieg dich. Lass sich auf die Minen. Feier! Töne. Ach. Gar mehr, mein Freund. Hey, Sie werden mich auch so trappeln. Okay, jetzt haben wir nicht Kontakt. Hahaha. Neat. So. Kein Dank, kein Nix. So. Hab' ich schon. Ja, easy. So. Wie. Alter. Garego Fest. Äh, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Äh, Schlachthaus drin? Nein. Die Mama Goose. Statt Schwarze Insel. Fabrik. Äh, ich würd mal sagen, ne? Schwarze Insel. So. Oh. Miss Jade, Mr. DeCastellac möchte sie so bald wie möglich auf der Schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Ja, ist ja gut. Wieder schon auf dem Weg. Nicht schätzen. Ups. Ich fahr ja schon. Ich fahr ja schon. So, Schwarze Insel. Müssen wir ja da lang. Ui, Alter. Mh. Nicht schäb. Ui, Alter. Schade, nicht schäb. Ich fahr ja schon. Margare des Schaden. Machin.